Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Es ist einem Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Ja, genau deswegen habe ich auch ein friedliches Signal senden wollen. Weil wir Terror machen wollen. Ach, die Menschen sind doch so dumm, ey. Markus hat einen friedlichen Protest angeführt. Das war doch das Kernding. Polizei-Auto-Meiden. Okay, ja. Da hätten wir noch andere Sachen machen können. Zum Laden gelangen. Haben wir getan. Lass da finden. Da wäre nochmal was gewesen. Okay. Den Platz hatten wir gesichert. Und hätten wir jetzt hier, aber praktisch hätten wir uns nicht versteckt, also wären wir erwischt worden. Hätte die bestimmt die Autoritäten hier gerufen. Und wir wären direkt vorher aussortiert worden. Polizei alarmiert wäre dann bestimmt direkt Polizei da gewesen. Im Laden. Wir konnten die Androiden umwandeln. Okay. Nachricht verbreiten. Autos markiert. Und dann hat er einen Parkplatz gehackt. Da gab es noch ein paar andere Sachen, die wir hätten machen können. Starke Botschaft senden. Starke Botschaft senden. Ja, pazifistische Botschaft. Genau. Polizeistreife erscheint. Und wir haben sie aber verschont. Und das ist das Ding. Aber ich meine, die Menschen wollen ja auch irgendwie schlecht, also missverstanden werden, beziehungsweise wollen ja auch missverstehen. Die Menschen wollen darin ja was Gewaltsames sehen. Als Legitimierung dafür, dass sie dann dagegen vorgehen können mit ihrer eigenen Gewalt. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Das sieht ja richtig fancy aus, das Haus, ey. Äh, die ist das. Hi, ähm... Ich bin, äh, Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Sie ist das. Die Intro-Dame. Die Hauptmenü-Dame. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Hat die im Hauptmenü eine andere Stimme? Amanda Stern, Professorin für Künstliche Intelligenz an der University of Colbridge. Und Kemsky Elijah, Absolvent in Künstlicher Intelligenz an der University of Colbridge. Also, er war, äh, er war ihre, ihr, er war ihr Schüler. Student. Haltraumtourismus nimmt zu. Cool. Luxus-Oder-Bernacht greifen nach den Sternen. Ich bin halt echt gespannt, ob es da was wirklich mal geben wird. Jetzt hier auch mit SpaceX und so. Tech-Addict, Cyberlives-Wahrsager-Computer. Cyberlife entwickelt leistungsstärksten Quantencomputer der Welt. Hacker nehmen Solarmodul für Lösegeldschmiedel ins Visier. Okay. Ha, nicht schlecht. So. Hübsches Mädchen. Sie haben recht. Elia, oder Elia, Kemsky, Cyberlife-Gründer im Ruhestand seit 2028, Erfinder des Thiriums und der Biokomponent-Technologie. Sie ist wirklich hübsch. Na gut, dann setze ich mich hin. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kemsky ist eins der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Na komm, bleiben wir sitzen. Und wir warten. Und wir warten. Elisha empfängt sie jetzt. Elisha. Mr. Kemsky? Einen Moment. Sind das immer die gleichen? Es sieht aus, als wären das immer die gleichen. Moment bitte. Ja, der benutzt sie doch hundertprozentig auch als Sextroiden, ey. An Androiden. Was soll auch dieses rote Becken, ey? Da kommt Wasser ganz normal irgendwie runter, wie so ein richtig fanziger Wasserfall. Und das Becken ist rot. Was ist das für ein crazy Typ? Kommt aber richtig krass hier in diesem schwarz-weiß gehaltenen Büro. Dann auch mit dem hier. Also, das ist ja farbtechnisch mega nice. Was soll das? Das ist ja ein Kind. Ja. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Auf der Seite der Menschen, natürlich. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Was ich möchte, ist nicht wichtig. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kemsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar, nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit deiner Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie. Wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Boah, fies, Alter. Alter, ich glaub, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können wieder in ihr wohl. Was ist dir wichtiger, Connor? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Entscheide, wer du bist. Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Mit einem freien Willen? Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Fuck, Alter. Das ist ja mies. Nein, wir können nicht schießen. Wir können nicht schießen. Oh, ich würde sogar nicht schießen. Aber wir können nicht schießen. Es passiert jetzt gar nichts mehr. Er hat sich jetzt aufgehangen. Blue Screen. Dang it, Alter. Ja, fuck. Faszinierend. Cyberlives letzte Chance, die Menschheit zu retten. Ist selbst ein Abweichler. Ich. Ich bin kein Abweichler. Du hast deine Maschine verschont, statt deine Mission zu erfüllen. Der Android war für dich ein lebendes Wesen. Du hattest Mitgefühl. Es wird Krieg geben. Du musst deine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Was könnte schlimmer sein, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Verschwinden wir hier. Übrigens. Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Warum hast du nicht geschossen? Ich habe in ihre Augen gesehen. Und konnte nicht. Das ist alles. Du sagst doch immer, du tust alles für den Erfolg der Mission. Das war unsere Chance, was zu erfahren und du scheißt es. Ja, ich hätte es tun sollen. Ich sagte ja, ich konnte nicht. Tut mir leid. Okay? Vielleicht war es richtig so. Mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Typ irgendwie ein schlechter Cop ist. Verwandtschaft. Errungenschaft, Verwandtschaft. Okay. Also. Polizist im Park verschont. Hatten wir vorhin gemacht, ne? Von Chris überleben erfahren. Okay. So. Dann haben wir hier gewartet. Blibla blub. Da hätten wir nochmal was machen können. Chloe kommt zurück. Treffen. So. Kamski-Test. Chloe verschont. Kamskis Haus verlassen. Hank fand Connors Entscheidung richtig. Hätten wir aber geschossen, wären noch ein paar andere Dinge passiert. Aufstand der Androiden. Die Dörter Stadtviertel von gestörten Androiden verwüstet. Mitbevölkerung erreicht 10 Milliarden. Östlicher Wettlauf ins Weltall. Russische und chinesische Androiden konkurrieren. VR-MMO-RPG erreicht eine Milliarde Spieler. Das sehe ich. Das sehe ich absolut. VR-WOW. Boah, dann könnte man so eine gute Kampagne draus machen. VR-WOW. Welcome to Detroit. Android City. Das ist vielleicht ein cooles, ein cooles Thumbnail. Ich weiß nicht. Genieße die Zeit für dich allein. ... ... ... Spannende Musik Ich habe mich gefragt, wo du bist. Ich musste nachdenken. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Ja, ich habe ja auch gerade eben gesagt, dass ich nachdenken muss. Ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich. Zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Nein, nicht alle Menschen sind gleich. Manche begreifen, dass sie unsere Freiheit nicht mehr aufhalten können. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor, Jericho? Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Ach. Aber er sollte drüber reden. Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Wegfräckig. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich sehe deine Erinnerung. Liebesbeziehung. Liebesbeziehung. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North. Liebesbeziehung. Markus hat jetzt eine Freundin. Auch wenn es nicht unbedingt ein guter Start für so eine Liebesbeziehung war. Das ist selbst gut. Wir gehen alle drauf. Bitte, Markus. Noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Markus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Okay.